Da müssen wir hin, oder was? Reise zum Landplatz Schacht zwischen Ebene 1 und 2. Wie kann ich denn jetzt da hinfahren? Warte mal, wir sind auf der Ebene auch hier, oder? Zwischen Ebene 1 und 2, ist das... Okay. Warte mal. Ach, Karte. Das können wir, glaube ich, mit Q, ne? Warte mal, hier, auf der 3. So, mein Drillship. Okay. Verwende Steuer bei Drillship Kessel zur Steuerung. Okay, gut. Wir wissen, wo wir hin müssen. Das ist die Steuerung, ne? Oder? So, wo fahren wir denn hin? Wie kann ich denn nochmal fahren? Wie war denn... Nein, nicht auftauchen! Nein, abbrechen! Ach, mit der Maus war das ja. Stimmt. Huh, heiß und fettig. So, dann fahren wir einfach hier rum. Also man klickt quasi mit der Maus irgendwo hin und dann... Zwischen Ebene 1 und 2. Okay. Gut, die Reise geht jetzt mal weiter. Okay, wir müssen mal gucken, wo kommen wir lang? Hier lang? Okay, so. Dann hier lang. Durch die Tunnel. Auftauchen. Gut. Ach, jetzt sind wir hier. Ah, jetzt lernen wir auch mal wieder... Oder was heißt, da waren wir ja schon mal. Aber jetzt lernen wir das wahrscheinlich mal kennen hier. Würde ich jetzt mal behaupten, dass wir hier hin müssen. Weil so war es ja markiert. Da kommen wir gerade raus aus dem Tunnel. Und dann gucken wir mal. So. Also. Nein. Fertig. Bereite dich auf den Kampf vor. Stocke Munition und Granatenbestand auf. Nähere dich dem Cockdrill-Chip des Bohrers. Oh Gott, wo ist denn das? Da. Oh Gott, was? Okay, wir brauchen... Haben wir genug Granaten? Wir haben 5 Granaten. Das ist nicht viel, ne? Können wir noch welche herstellen? Okay. Schwarzpulver-Kupferschrauben. Jetzt gucken wir mal, was wir herstellen können. Noch ein paar. Nur zur Vorsicht, ne? So, dann mach ich mal alles aus hier. Weil das brauchen wir ja gerade nicht aktuell. Sicher ist sicher. Und dann sollten wir vielleicht auch die Granaten mitnehmen. Pistolen-Monie nehm ich auch mit. Ob 60 reichen wird? Ich weiß es nicht. Weil die ja schon angesagt haben, dass... Naja. Kupferpatronenhülsen brauchen wir dafür. Kupferpatronen, die stelle ich mal her. Nochmal eben, schnell. Pass auf, wir rüsten uns jetzt erstmal aus. Besser ist das. So. Schwarzpulver. Okay. Ach, da brauchen wir Schwefelpulver. So. Mal eben schnell durchgeklickt. Und dann würde ich sagen, legen wir los. Das dürfte aber reichen. Also, also wenn das nicht reicht, dann weiß ich auch nicht. 180, Alter. Also ganz ehrlich, wenn, wenn, wenn das nicht reicht, dann weiß ich nicht. Dann, keine Ahnung. Rüstung. Ich weiß nicht, ob ich mit 7 einfach die Rüstung dann aufstocken kann. Das wird sich zeigen. Ich bin so gespannt. Uff. Das kann ja heiter werden. Heiter bis wolkig. Holy shit. Diese Geräusche, ne? Ich komme. Hallo. Freunde. Ich bin auf dem Weg. Und ich bringe Granaten mit. Uff. Ja. Dann, ähm. Schauen wir mal, was uns erwartet. Die werden wahrscheinlich ein bisschen schwerer aus sein, ne? Denk ich mal. Was ist das denn schönes? Kohle. Oh, Kohle. Ja, komm. Ja, er hat automatisch gespeichert. Ist eine gute Erinnerung. Ich würde das mal selber auch gerade machen. Oh Gott, wie weit weg das noch ist. Uff. Wo sind wir denn hier? Da hinten ist das. Hier ist ja auch ein Ausgabe. Wieso, wieso sollte ich denn... Wieso, wieso... Hä? Hä? Da komme ich doch gar nicht hin, oder? Oder muss ich hier durch die Tunnel? Uff. Aber da steht ja wieder, geh unter Tage. Hä? Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Warte mal. Ich dachte, ich muss da hinlaufen. Weil das ist ja schon ganz schön weit. Ich frage mich, was passiert für den Vulkanausbruch hier unten. Aber ich glaube, hier unten dürfte uns, glaube ich, nichts passieren. Das wird, glaube ich, äh... Hm. Oh, hier ist heiß. Heiß und fettig. Puh, puh, puh. Boah, Alter. Puh. Ich spürte ja auch die Hitze. Puh. So, Freunde. Dann nähern wir uns mal dem Chip. Keine Ahnung. Hä? Habe ich jetzt, habe ich, habe ich jetzt das wieder falsch gelesen? Ich, äh? Okay. Dann halt wieder unter Tage. Wir sind Hüllen. Hüllen 2 sind wir, wenn ich das richtig sehe, ne? Genau. Wir müssen ja auch hier hin. Das müsste ja hier irgendwo sein. Warten wir mal eben, bis es unten ist. So. Dann reiten wir uns vor. So, Verwender, Steuer, Drillchip. Kessel zur Steuerung. Klick auf einen Ort. Auf der Untergrundkarte. Sofort Bewegung. Hat sich das jetzt... Oder ist das woanders hingefahren, das Drillchip? Äh, wie kommen wir denn da hin? Oh, hier ist heiß und fettig. Uff. Begib dich zum Ziel des roten Symbols. Des roten Symbols? Das ist doch kein rotes Symbol. Also... Äh, hier ist Eis. Fühlt das ab? Okay, warte mal. Ich warte, bis ich jetzt gerade... Oh, hier kommen wir durch. Hier. Reise zum... Fortbewegung und Gange. Bitte warten. Warte mal, ich brech mal ab. Auftauchen. Also, Vorgang in Bewegung. Bis hierhin kann man dann... Okay, bis zum... Oh Gott, die kommen schon. Uff. Die stehen vor der Tür. Äh. Ich dachte, die... Äh, was? Ähm. Oha. Mit der 7 rüste ich mich mal eben schnell aus. Boah, das dauert, Alter, mit Rüstung anlegen. Oha, das muss man da erstmal wissen. Bereite ich für den Kampf vor. Ja, das haben wir doch. Äh. Jetzt gehe ich dahin. Das sind nur 200 Meter. Dann ist das Schiff doch gerade irgendwo wohin gereist, oder? Dann ist das doch... Oh, hier ist heiß. Uh, uh, uh. Nähere dich dem Control-Ship. Ja, jetzt... Das ist jetzt richtig. Dann ist das doch vorhin weggereist. Kannst du mal erzählen, was du willst. Aber wir müssen den Bohrer zerstören, damit die nicht abhauen können. Äh, die 6. Oha. Oh, warte mal. Ich muss Rüstung anziehen. Muss den Bohrer zerstören. Weiß nicht wie. Uff. Oh, warte. Ich bin gleich down. Oh, Alter. Das ist aber echt hu. Okay. Ist der zerstört, oder nicht? Nein. Oh, haha. Sollen wir vielleicht erst mal reingehen und die Dings zerstören. Damit die nicht respawn. Die respawn-Maschine. So. Die nächste respawn-Maschine ist wo? Ganz schnell. Okay. So, ich hoffe, die können jetzt nicht... Obwohl die ja größer sind, ne? Oh, geil. Hier kann man doch was hinhängen. Wusste ich gar nicht. Können die auch respawn? Da. So, sehr nice. Ich heile mich auch mal eben schnell. Weil wir ein bisschen was verbraucht haben. Und natürlich mit der 7 ganz schnell nochmal die Rüstung aufsetzen. Okay, wir müssen warten. Es dauert halt alles ein bisschen. Hat gerade das Leben nicht genommen. Also die Lebensenergie. So. Voll ausgerüstet. Aber unsere Granaten sind weg. Das ist natürlich blöd. Kupferbarer nehme ich gerne mit. So, wir müssen... Zerstöre jedes Modul. Verwende nach Möglichkeit Granaten. Warte, ich will erst reingucken, bevor ich das zerstöre. Barren. Granaten. Alter, die haben Granaten. Nehmen wir mit. Munition für Schrotflintenturm. Nehmen wir auch mit. Panzerbrechende Revolvermunition. Nehmen wir mit. Barren nehmen wir mit. Geil. So, alle Module zerstören. Machen wir. Alle wirklich zerstören? Das auch hier? Zieht das da zu? So, warte mal. Dann machen wir das mit der 6 jetzt. Wir haben ja Granaten. Hä? Ist das jetzt komplett zerstört? Warte. So, ich frage mich gerade, was... Ist das jetzt kaputt oder nicht? Bin mir da jetzt nicht sicher. Warte mal. Doch, das ist kaputt. Kann man sich das hier... Ah, okay. Können Sie uns das anzeigen lassen auch? Da ist noch 100%. Da machen wir weg. Mit der... Das machen wir hier mit. So. Jedes Modul zerstört. Alter Schwede. Und wir haben nicht mehr so viele Granaten. Egal. Aber wir haben genug Munition. Dann machen wir es halt so. Zerstöre alle Module an den Seitendeck eines Drillschips, um es auszuschalten. Okay, Seiten und Deck. Okay, Decke haben wir. Weiß nicht, was das war. Keine Ahnung. Ach so. So, nur noch eins, glaube ich, oder? Äh, oh Gott. Was? Drillship exploring run away! Uff, laufe zu deinem Drillship und ziehe ein Lofa-Label. Uff. Wir haben es geschafft. Spitzhacker auswählen. Wrack abbauen. Äh, warte mal. Ich muss erst Vulkanausbruch stehen bevor. Muss ich nicht zum Dings? Ich weiß nicht, ob ich hier in Sicherheit muss. Das ist so die Frage. Ich speichere mal eben. Ich hoffe, das ist eine gute Idee gewesen mit dem Speichern. Spitzhacker auswählen. Wrack abbauen. Ich meine, wir sind ja unter Tage, ne? Im Prinzip dürfte ja nichts passieren. Oder? Ich hoffe. Ich hoffe. So. Oh oh. Alter. Äh, ähm. Ich sehe nichts. Äh, ich sehe nichts. Hä? Ich, ich sehe halt nichts. Was zur Hölle? Was? Vulkan, wa, was? Nein. Nein, 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 auf keinen Fall, nein, 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 auf gar keinen Fall. Pass auf, äh, nee, sorry. Ähm, wo habe ich denn gespeichert? Hier, ne? Da war noch nicht genau, da machen wir, da machen wir, beziehungsweise, äh, warte mal, lass mal gucken. Ich glaube, ich werde den nehmen, oder? Warte mal, wo war denn die, da haben wir abgebaut und da war, glaube ich, die Explosion. Schnell speichern war hier und dann würde ich schnell zum Schiff und dann untertauchen. Ich probiere das mal ganz schnell. Kann ich den Speicherstand irgendwie edit, editing, was? Äh, Moment, äh, was, was, was? Safe. Profil, normal, safe. Äh, ich nehme, ich nehme das mal und dann hoffen wir, dass wir schnell zum Schiff kommen. Ich wusste nicht, dass man hier auch sterben kann, das ist ja toll. Oh Gott, Alter, 30 Sekunden. Oh Gott, 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 oh Gott. Die Tür ist auf der anderen Seite, ne? Uff. Lauf, lauf. Oh, das wird so knapp. Alter, schnell, 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 schnell. Schnell. Oh Gott, schnell. Schneller, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh Gott. Uff. Mein Drillschiff explodiert, oder was? Oh Gott, ich brauche Reparaturwerkzeug. Moin, was? Nein. 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 Das ist 1611, da bin ich wieder hingelaufen. Okay. Ich glaube nicht, dass wir es schaffen, oder? Fuck. Schnell. Ich probiere es nochmal, vielleicht schaffen wir es ja. Lauf, 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 lauf Das schaffen wir nicht. Definitiv nicht. Ich glaube nicht, dass wir's schaffen. Das schaffen wir nicht. Das schaffen wir nicht, das schaffen wir nicht, das schaffen wir nicht, das schaffen wir nicht. Nein, das schaffen wir nicht. Fuck. Scheiße. Aber hauptsache der Kippenruf nur an, das ist supi. Shit. Scheiße.